So, willkommen zu, ähm, Overwatch mit Stift. Wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt mit dem Stift schauen. Zusammen mit mir dabei ist Kai, Mario und Lennart, natürlich, und Max. Aber der spielt nicht mit, der ist einfach da und macht Browser-Shit. Oder eher gesagt, Programmier-Shit. Der ist einfach Max. Der macht krasses Zeug mit irgendeinem Server. Genau. Genau, und ich spiel mit dem Stift. Hast du mir die FTP-Ding jetzt eigentlich freigegeben? Ja, die reden über komplizierten Scheiß. Alter, was haben die denn alles geändert? Ich hab Kualtsuys Mech eliminiert. Warte, ich hab meinen eigenen Mech eliminiert. Ey, ich hab die Rüstung gegeben, Lennart. Danke. Ich hab die Sniper, ich hab die Sniper. Jetzt könnt ihr... Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Ich hab einen getötet. Ich freeze, ich freeze. Ich bin Kugelmann. Ich hab den anderen fast getötet. Ich hab die andere getötet. Hab die Frau, das geht ab. Das geht ab. Lube, ich bin am Blühen. Aber mein Arm tut wieder weh. Wenn man richtig spielt. Ich bin kein Gugelmann, Kugelmann. Wer wurde... Wer ist eigentlich gerade... One Mission. Hilfe. Mein Album tut immer mehr weh. Unsere Arschkarte. Du hast sie die Arschkarte gezogen. Diese Kids heutzutage. Diese Kids heutzutage. Ich snipe dich. Wir haben zwei Orisas auf der Hände. Lennart, ich snipe dich. Warum? Ja, mach das, mach das bitte. Mach das bitte. Tötet die Eislady. Tötet die Eislady. Wir sind tot. Wir sind tot. Das Ende ist nah. Ja, schnell Kai, ich geh sofort auf den Punkt. Ich bin tot, aber hab die alle eingefroren mit meiner Ult. Aber da ist niemand, der die tötet. Oh nein. Ja. Ich bin nie mit der Winchester. Komm, einer muss doch kurz auf den Punkt gehen. Blirat. Nein. Bei ihm nach Ruhi. Heftig. Richtig heftig, ja. Wie zu wild. Das ist extrem wild. Jetzt kann man meine Hände sehen. Oh, warte. Man sieht sogar ein bisschen. Oh, warte. Man kann sogar. Oh, 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 oh. Wenn ich jetzt mein Gesicht hierhin zeige, dann sieht man es in der Spiegelung cool. Mach ich aber nicht. Ha. Spiegel. Ich kann doch auch Leute mit meiner Halt, ne? Mit deiner Mutter. Oh, der rechtskrieg, sehr geil. Ey, ey, ey. What the fuck. What the fuck. Ich mach die, ich rechtskrieg die weg. Wo ist Tracer hin? Mach die weg, mach die weg. Mach die weg. Ich will die nicht bei mir. Mach das D weg, schnell. Ähm. über die Scheiß-Schweißer was ist mit dem D passiert wo ist das weg von welchem D redest du ich rede von den 12 Likes auf dem Video ich wurde gehackt Lennart weißt du Lennart apropos die 12 Likes das ist irgendwie merkwürdig weil niemand noch noch nicht mal den ersten Relay-Z gesehen hat hm 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 also was weil das Video irgendwie nur 13 Views hat er kann jemand jemand töten 13 Views und 13 Abos oh ich snipe jetzt oh ich wollte was snipen da wurde ich gesnipet mit Genji muss man auch die ganze Zeit nicht umgucken und so ein nein mit Genji muss man dauerhaft Leertaste drücken also so oh ich wurde von der Sniper gesnipet solange du dauerhaft Leertaste klickst bist du ein Genji offizieller Genji Player oh ich wurde aber gesnipet oh ich hab es richtig gemacht oh seine Bälle prallen sogar ab ich werde Böhm aber ich hab keine Ahnung wie man Ballmann spielt äh Hilfe 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 ja heil mich mal zum Sieg ja ich lebe ich lebe ich lebe ich lebe nein warum denn das bezweifle ich aber ganz ganz stark ey wieso haben wir schon wieder verloren wir verlieren immer noch ich kann euch so weiter gehen man wir sollten ich glaube wir haben jetzt ganz verloren oder da ich sollte echt nicht mit euch spielen krass ja gut ähm entweder wir nehmen die Runde danke Kai danke wenn wir die Runde nehmen dann war es das jetzt und es geht jetzt entweder weiter mit was auch immer oder ihr habt diese Folge nie gesehen ihr habt das nie gesehen wir haben nie verloren wir haben gewonnen Alter guck mal wie ist das das war unser Team das war unser Team hast du das Highlight gesehen? ich weiß nicht ob ich es gesehen habe Rennart hast du das Highlight hast du das Highlight gesehen? haben wir ja ja komm mal warte ich guck mal in meine Statistik und wenn es euch gefallen hat dann lasst ein Like da und das war es mit der Folge oh ich hab 4 Eliminierung allgemein ja tschüss tschüss so willkommen zu zum Teil CSGO von den was auch immer teilen äh ich hab Stift hier ja hier seht ihr ein nice Brett ein Brettchen und ich will jetzt mal sagen Rushbee was eine schlechte Entscheidung ist denn hier ist niemand Junge ich bin so froh dass der Typ umgefallen ist jaaa oh man hätte ich mein Licht grad nicht angemacht dann hätte ich ihn bekommen guck mal der Typ hat den Diegel ne und der hat nur irgendwie einmal gepopft auf meinen Schuh oder so joo Nuzdrasu in jebawa blöcke nice nice ich weiß nicht was das heißt aber nice nice äh ich will gegen die beide so und ich möchte gerne gehen alle B die gehen alle B lass B lass B lass B ihr werdet also sowas von abgeschlachtet ja lass B deswegen aber als Team auf gehts abgeschlachtet werden Stand together die together ah hier ist niemand ja aber hier kommt jemand von hinten ist nicht gut oh er ist ne wo bist du überhaupt hin tot der Typ von hinten hat mich von hinten gehintet gehintenburg was machen so Leute von hinten ah hier ist hier niemand die rechts ist ne ok die nehmen einfach ihr Mikrofon in den Mund da ist B oh oh wer hat mich gerettet der verdient ein ich hab jemanden glaube ich oder ich weiß es nicht seid ihr bei B Hilfe mein Arm stirbt gerade aah ich lebe ihn wieder ist er irgendwo gegner pfff ich hab's gewusst ich hab's gewusst ich hab's gewusst wo sind denn die Gegner Oh das ist das Duel Oh wer gewinnt? wer gewinnt? oooooh nice das ist gut Jen Cousine er hat doch überleben sollen aah aah my is mine pfefei gute Arbeit ah ja ist es der lieber it's my weiiiife aah Drowing Cornflakes wie hat er uns alle getötet In einer Reihe. Alle. Alle. Ich hab den nicht gesehen. Der war einfach Karmo. Links von dir. Hinter dir. Da lang, wo du gerade hergekommen bist. Da geht er gerade hoch. Der ist unter dir. Der ist doch da. Der ist doch da. Was? Hinter dir da. Siehst du ihn denn nicht? Hä? Ich baller den 500 Kugeln in den Kopf. Du darfst nicht laufen, während du schießt. Muss schon sagen. Aber die tippen. Muss schon sagen. Wie wird gerade ziemlich weg zerstört. Von uns oder von denen? Von denen. Deswegen snick ich mich jetzt hier hin. Und werde komplett wegsetzen. Jo ist der lebensmüde. Ja der ist der ist nicht lebensmüde. Ich hab ne Galil von Wap Mali. Oh Gott da kommt nur ne Waffe raus. Hey ich hab ne Galil von Wap Mali. Ey geil. Jetzt hast du die Bombe. Viel Spaß. Okay. Geh mal als Decoy. Oh Gott. Oh oh. Mh. Mh wird fast tot. Ah ah hinter dir. Wie soll ich mich auf zwei gleichzeitig konzentrieren? Bist du tot? Ne. Achso. Wie zur Hölle. Woher? Das ist ein Hacker. Der hat noch nicht meine Animation. Oh das. Oh das. Ja. Das ist ein Hacker. Wer war das jetzt? Wer hat nicht gerade. Ein Drake. Ein Flashback von B. Ich will eigentlich vorhin. Aber ich laufe. Oh Gott. Tester. Wieder. Das Ding ist ein AK macht One Hit bei Kopftreffer. Das heißt ein Kopftreffer mit Aim Bot. Du bist tot. Oh ich seh's ja schon. Du bist auch. Du bist gerade gestorben oder? Ja. Die sterben gerade alle am laufenden Mann. Ich bin extra gestorben. Oh Gott. Und der war jetzt auch tot. Der hat dich gesnipet. Der hat dich noch nicht mal angesehen. Ich geh mal nicht B. Diese Killermaschine geht immer lang. Okay der Hacker. Das ist nicht die Hacker. Oh da werden alle. Oh wo ist der jetzt gewesen? Der hat. Als ob er A. Kann sein dass alle Gegner hacken? Ja. Ja. Hab ich so das Gefühl? Ich geh einfach bitte. Oh. Ich geh zu deren Spot. Diemann. Diemann wurde nicht gewonnen in einem B. Ich habe Vertrauen in die Menschheit wieder. Ich bin raus. Ich bin los. Ich bin los. Tschüss. Wir haben's. Wir haben's. Nein. Woher denn jetzt? Oh das war der Aim Hacker oder? Ja ist der Aim Hacker. Gut dann. Was ist mit dem CSGO Teil? Ging ja auch ein bisschen zu lang wahrscheinlich. Mal sehen wir was als nächstes kommt. Mehr Content. Ja ich mach ja noch mehr Content. Aber es wird nicht CSGO sein. Bis gleich oder das war's mit dem Video? Wenn ja dann. Oh jetzt hab ich. Okay. Ich mach ja was. Wenn ja dann. Bis gleich. So. Das war's mit Brett irgendwas Video. Ich hab daran jetzt. Warte wann hab. Die erste Aufnahme war am 18. Wir haben jetzt den 23. Es hat ganz schön lange gedauert das zu schneiden. Ich kam auch nicht dazu. Nicht dass es jetzt irgendwie aufwendig geschnitten ist. Deswegen jetzt nicht sagen. Kann sein. Ist aber eigentlich nicht. Hab einfach nur geschnitten halt wie immer. Ganz normal. Gut. Ich wollte einfach nur sagen. Das war's mit dem Video. Weil das Auto von dem letzten Teil war jetzt nicht das Beste. Also. Bis dahin. Warte. Und. Tschüss.